Wir kommen zum neuen Dungeon, Anhänger-Dungeon-Peta-Version von dem neuen Addon. Die Brutstätte. Wir schauen uns das Ganze als Tank an. Hier waren wir schon mal drin. Wir müssen es einmal. Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal etwas genauer anschauen. So. Wir gehen hier direkt als Todesritter-Tank rein. Die anderen Dungeons habe ich mir schon angeschaut. Wir haben eine Karte. Wir haben schon eine Karte verfügbar. Okay. Dann, ich habe wieder umgespeckt auf die anderen, auf den Todesbringer. Der sagt mir im Moment halt irgendwie eher zu, als die andere Fähigkeit. Weil es da wohl auch noch eine Fähigkeit geben soll wegen dem Markfetzer. Und das ist ja unsere Fähigkeit, wo wir mit unserem Knochen-Schild aufbauen können. Das ich ja immer andauernd verpenne in dem Fall. Deswegen nehme ich den nochmal mit. Damit es den Dungeon nochmal als extra vorgekommen kommt. Auch hier nochmal als Hinweis. Die Bosse werde ich euch dann nochmal separat als Kapitel unten reinschreiben. Und da kommt direkt der nächste Rider mit dabei. Und hat ordentlich auf die Schnauze hier. Auch ein netter Effekt, wo man einmal ausweichen muss. Aber ansonsten. Das kommt mit einem Sturm. Das heißt, der müsste relativ zügig eigentlich gekillt werden. In dem Fall. Dann holen wir mal unseren Gleiter mal mit dazu. So, wir ziehen ihn ein bisschen hier rüber. So, ist er jetzt auch down? Will man die Kugel zerstören? Ja, können wir. Die Brutstätte. Ja, genau. Da sind die ganzen Vögelchen drin. Wir haben ja schon mal reingeschaut. Da waren ja auch schon nette Bossfights dabei. Deswegen werden wir uns das Ganze nochmal anschauen. Okay, wegen nicht mehr. Aus dem kann ich auch nicht drüber ziehen. Schade. Das ist der Boss. Vollos. Genau, das ist der Boss. Das heißt, den Trash müssen wir aber wegmachen hier. Ich muss den ganzen Effekten rausgehen. Das Sperrfeuer ist direkt auf den Tank gerichtet. Das heißt, da müssen wir dann auch aufpassen, dass wir nicht in die Gruppe lenken in dem Fall. Außer es ist natürlich eine Fähigkeit, die in die Gruppe rein muss. Dann ist das eine andere Geschichte. So, kann ich die schon pullen? Ja. Das heißt, den Trash könnte man dann rein, theoretisch gesehen, weglassen. Natürlich direkt aus meiner Fähigkeit rausgegangen, ne? Auch nicht sehr nett. Stabile Ladung. Er müsste normalerweise nachher in die Mitte springen. Da gab es ja auch eine Fähigkeit von ihm, wo er das hat. Mitspult, wir gehen mal da raus. Das heißt, jetzt springt der Hunter da runter. Da liegt der Boss schon im Dreck. Das ging jetzt wesentlich schneller als das erste Mal. So, jetzt müssten wir hier eigentlich runterspringen können, ne? Ja, jetzt bekommen wir hier diese schönen Federn. Ich springe jetzt hier einfach mal runter. Also wir gleiten jetzt hier in dem Fall hier runter. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht drankommen. Was ist, wenn ich hier draufklicke? Blitzaufladung. Achso, wir können dann direkt da runterspringen. Okay. Kurz gucken. Wir müssen... Wir haben sogar eine komplette Karte hier drin. Wundervoll. Haben das auch schon reingepackt. Ist ja auch nicht mehr allzu lang hier, Mr. Mulies. Ja, anziehender Sturm. Da müssen wir auf jeden Fall weglaufen von. Schöner Flächeneffekte da kommt. Also auch weg von der Gruppe. Und auch down, wundervoll. So, da geht's nämlich hoch. Mussten aber, glaube ich, unten lang, ne? So, da geht's nicht mehr. Natürlich, jetzt, wo ich meine Fähigkeit noch nicht über die habe, ne? Dann laufen wir einfach mal da rüber. Dann wieder raus. Ganz wichtig. Manchmal klebe ich meine Taste an der Maus, weil die unteren Zahlen, die mache ich meistens über die Tasten ab. Vier. Das mache ich dann über die Maus selber. Manchmal möchte die dann nicht so, wie ich das möchte. Und dann kennt das... Manchmal hängt das ein bisschen nach. Das mache ich diese Inklusion. Wir gehen mal raus. Ich werde unseren Kuh leider noch nicht beschwören. Weil, finde ich, ist das auch so ein bisschen irritierend, ne? Wenn man mit dem Standard-Jew einiger Zeit spielt und das nicht kennt, dass ich das nicht grün färfe. Das hat gelb ist jetzt hier. Das ist so ein bisschen irritierend in dem Fall. Und dann geht es einmal nach unten. Dann bist du eigentlich auch gleich der nächste Boston auf uns warten. Den können wir ignorieren. Da haben wir ihn da. Sturmwache. Ja, haben wir den Trash direkt mit dabei gepullt. Das heißt, den hätten wir wahrscheinlich vorher noch wegmachen müssen. Genau, er holt einmal den Hammer hier raus. Genau, da gibt es diesen schönen Effekt. Die Dikopatische den Trash relativ schnell erledigt. Das ist gut für uns. Dunkelte Gravitation. Das heißt, ich kann jetzt gerade nicht weglaufen. Auch jetzt kann ich es. Sehr schön. Da kommt wieder dieser Effekt. Also, den müsste man im Endeffekt auch in der Ecke tanken. Ja, dass die Fankämpfer von oben angreifen können. Das wäre dieser Effekt macht, dass das halt diese Flächen hier in der Ecke sind. So, dunkelte Gravitation. Also, wir laufen wieder weg. Und er ist ja schon da. So, dann müssen wir schauen. Wir gehen jetzt hier runter zum nächsten. Müssten wir diesmal richtig sein. Diesmal müssten wir es ja richtig machen. Und wieso kannst du limitieren? Das ist unfair. Genau, hier müsste es eigentlich runtergehen. Sehr schön. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier richtig bin, dass ich hier hoch muss. Ja. Das sehen wir dann ja gleich, was er hier her gebracht hat. Das ist nämlich den Boss, den ich auch schon kennen. Ja, wir laufen einfach mal weiter. Wir nehmen dich mit. Wir müssen ja so, dass wir hier alle platt machen in dem Fall. Ja, jetzt die Anti-Magische wollte ich jetzt eigentlich nicht ziehen, aber okay. Und was mir auch fehlt, sind halt meine Debuffs an den Gegner, ne? Das wird angezeigt, wenn wir hier zum Beispiel. Das wird angezeigt, aber wenn ich jetzt die hier benutze, die Fähigkeit, wird hier oben zum Beispiel nicht angezeigt. Aber gut, das ist ja jetzt alles Beta-Version, ne? Wenn wir nachher auf den richtigen Server spielen, sieht das so ein bisschen anders aus. Das ist ja jetzt. Das war's. Weil die hält hier ganz schön was aus, ne? Okay. 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 Dann wird er nämlich gestunnt. 101 Gold. Wow. Das bringt mir jetzt auch voll viel. Die Frage, kann die Gruppe dann von der Seite angreifen? Neuform, das heißt, der müsste weg. So schnell kannst du ja im Endeffekt gar nicht ausweichen. Das heißt, da kommt noch mal Trash mit dazu. Okay, das heißt, der Angriff geht dann direkt auf den Tank. Das muss ich mich mit damit da reinstellen. Wir machen es einfach mal. Steigt in einen näheren Klumpen. Das müssen wir dann hier kaputt machen. Okay, das heißt... Ach guck mal, hier kommen noch mal Effekte. Oh, okay, das ist so ein bisschen... Das ist so ein reiner Image-Kampf dann. Also musst du halt relativ zügig erledigen. Ansonsten wirst du durch den Trash hier das Zeug getötet. Aber es wird auch wieder weggemacht. Okay, das heißt, er zerspringt. Dann sind das diese Klumpen, die wir kaputt machen müssen. Relativ zügig. Damit er nicht diesen Absorbationsschild bekommt. Okay. Gut, das war der nächste Dungeon. Dann bedanke ich mich auch mal wieder hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den letzten Dungeon. Weil wir haben jetzt erstmal nur vier Stück. Und dann schauen wir mal, wie der ist. Bis dahin. Ciao. Ciao.